So, weiter. Äh, verdammt, ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät. Oh, mein Gott. Ja, der Hexer muss rumzicken, du bist der Oberpro, du bist es, du hast nicht mal eine Gilde, aber du bist es, äh, halt einfach das... Ich hasse es, wenn Leute in random Instanzen meinen, die Leute verbessern zu müssen. Lasst ihr nur ihre Spielweise. Auch wenn der noch so scheiße spielt, sage ich dem das nicht, das ist scheißegal. Der wird schon irgendwann merken. Mindestens habe ich gerafft, wo der Gegenzauber in der Skillung liegt, das ist schon mal gut. Yay, da haben wir den Hexer, ne. Yay, da hat der Tank gelieft, war ja klar. Wieso zur Hölle muss irgendein Idiot immer, immer was rummeckern? Das schreibe ich dem jetzt auch. So, wie, jetzt haben wir keinen Tank mehr und einen neuen Tank zu finden ist etwa so unwahrscheinlich, wie, dass China in der nächsten Zeit, ein, ne, Nordkorea, in nächster Zeit ein demokratischer Staat wird. Ja, toll. Was machen wir jetzt? Ja, gut, dann gehen wir zum Endboss. Wo ist der Endboss? Das wäre noch nützlich zu wissen. Wo haben wir denn die Instanz? Die ist in dem östlichen Tempel von, versunkener Tempel, nicht der Eingang, sondern hier. Yay. Ja, ja, wie der Tank gespielt hat, geht gar nicht. Ne, ne, das ging gar nicht. Habt ihr, habt ihr total gesehen? Wir sind total, wieso bin ich jetzt Tank? Schickt den Bärwandler vor, der ist Tank. Ich bin kein Tank. Ah, Gott, ich bin Tank. Ich mach euch den Tank. Jawohl, hier, ich bin der Tank. Unfassbar, oder? Aber ich kann casten und rumrennen. Guckt mich an, ich bin Tank und ich kann casten und rumrennen. Das ist großartig, ich liebe das. Das ist herrlich. Ich hab ja gesagt, es ist unproblematisch ohne Tank an sich, aber es ist nervig und unnötig. Ich mein, was soll denn das? So, ich hab auf Frost geskillt, weil das die eigentliche, in Anführungszeichen, falls sowas jemals gedacht war, Tank-Skillung für ein Mage ist. Also, wenn ihr mal Tank spielen müsst, nehmt Frost. Weil Schild halt. Und Sind hier falsch? Sind wir falsch? Dann sind wir halt falsch. Gehen wir woanders hin. Weißt du, dieser Hexer geht mir so derbe auf den Sack. Oder wer auch immer gerade rumgemeckert hat eben an dem Tank. Das ist total unnötig. So, jetzt machen wir mal hier Burst. Oh, das war ich. Scheiße. Ja, und jetzt gibt es den Burst-Damage des imbar neuen Frostmages, der nichts mehr auf jeden Reihe kriegt. Dem Single-Target ist sogar noch einigermaßen akzeptabel inzwischen, aber alles andere kannst du vergessen. Yay, level up. Glückwunsch. Das war das Arschloch, oder? Ja, das war der Typ, der rumgeflamt hat. Wo müssen wir denn hin? Er wagt es, ihn zu bespüren. Wir müssen ja erstmal den Typen hier stimmt. Down machen, bevor wir zum Endboss können. Ja, kommt. Hier lang. Nicht da lang. Hier. Runter. Oh Mann, du bist so... So... Oh Mann, Leute. Mir geht sowas tierisch auf den Nerv. Ja, stirb doch einfach. Stirb. 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 Danke. Wieso machst du die Down? Wir müssen da rein. Da links ist nix. Ist nix. Da ist ein Boss, den wir nicht beschwören können, weil wir das beschissene Ei nicht haben. Jetzt lass doch die Mops da. Ah ja. Was soll's, wir müssen sie eh machen. Aber wir könnten auch theoretisch erstmal dahin gehen. Und den beschissenen Boss da und machen. Dankeschön, du bist so nett, dass du es endlich raffst. War ja... Es war... Ich hab von Anfang an gewusst, dass dieser Hexer nur Ärger macht mit seinem Rumgebenmecker. Leute, die an den anderen Leuten rummeckern, sind total überflüssig. Die Leidtragenden sind jetzt wir alle, weil ich nämlich jetzt hier rumgammeln muss. Nur weil der Hexer meinte, ich muss sagen, dass der Palatank scheiße tankt. Jetzt wollen sie erst clearen, oder was? Nö, jetzt clearen wir nicht erst. Nö, wir clearen nicht erst. So. Edge. Okay, er nimmt den, er nimmt den, er nimmt den. Verdammt. Puh. Wir können auch den Wasserelementarm mal beschwören. Ob der frostfestbar ist, festfrostbar, frostfestbar. Vielleicht ist er nicht frostfest, aber festfrostbar ist er schon. Wir müssen clear machen, sonst kommt alles angerannt. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Yay, Wasserelementar. Servus, grüß die alte Socke. Lang nicht mehr gesehen. Ich benutze ihn normal nur zum Ae'n, also zum Wegbomben. Das ist jetzt eigentlich unnötig. Oh. Cool, eine Quest. Wo muss ich die denn abgeben? Äh. Schau mal an, der Prophet. Ja, jetzt legt's wieder, ich glaube es doch nicht. Gleich gibt's Tote hier, ich sage es euch. Festfrosten, Bomben, yay. Ja, macht kein Damage mehr. Es macht einfach kein Damage mehr. Der Bomben lohnt sich nicht mehr als Frostmage. Es ist dramatisch. Es ist echt dramatisch. Aber das Dramatischste ist, dass dieser Instanz lang, äh, Instanz lang, Instanz Run unnötig lang gemacht wird. Durch unseren heldenhaften, äh, heldenhaften... Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hexer, Hexer ist es. Ich hänge. Jede Menge Frostnovas, aber nix, was irgendwie Damage macht, während sie in den Frostnovas sind. Das ist das Tolle. Ich kann 50 Mobs fos... 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 Festfrosten. Und das 20.000 Mal, aber ich hab nix, was dann Damage macht, während sie festgefrostet sind. Also... Ja, toll. Eislanze, yay. Damit mach ich einem Damage. Gut, das hilft mir im Endeffekt auch nicht, aber... Naja. Wo hab ich denn meinen Mana? Sphäro...stein...dingens... Sphäroid, wollte ich's sagen. Ich hab zu viel Final Fantasy in letzter Zeit gespielt. Manastein natürlich. Hier ist er. Da ist er. So, die Mobs müssen wir nicht down machen. So, dann können wir ja jetzt... Die müssen wir nicht down machen. Die müssen wir nicht down machen. Die kommen nicht angerannt. Da waren wir letztens auch nicht. Unfähiges Personal. Unfähiges Personal, sag ich euch. Da ist nix, da ist nix, da ist nix, da ist ein Event, den können wir nicht beschwören. Die brauchen wir nicht machen. Dankeschön. So. Raft it, please. Danke schön. Sie haben's gerafft. Ah jo, fu. Ja, selber schuld, wenn du so dumm bist. Ist doch nicht mein Problem. Aber die in den Gang müssen wir an. Oder? Sind hier noch welche? Ja. Gut, Siraffen ist wieder nicht. Hier drin sind noch Mobs. Wenn sie gleich angerannt kommen, wissen wir es besser. Ich lass mich überraschen. Ja, wir müssen erst die Jamal machen, oder? Joa, ähm. Joa, komm. Hau mal rein. Hier. Wenn wir jetzt noch länger rumquatschen, hätten wir ihn schon in der Zeit down machen können. Ich pull jetzt einfach, ich hab die Schnauze voll. Ich wüsste gern, wie viel der im Feuerregen macht. Und wenn dieser Feuerregen mehr, oder viel mehr macht, als mein beschissener Blizzard, dann beschwere ich mich aber richtig. Dann gibt's richtig... Also ich frag gleich mal hier einen Exer aus meiner Gilde, dann... Das ist ja total... Joa, pull mir mal. Ich muss näher ran. Go, go, go. Let's do this shit. Wasser elementar raus und dann geht ab hier die Party. Haut doch nicht alles auf. Jedenfalls haben wir jede Menge AE. Und Geister. Und meine Frostnova ist noch. Naja. So, pull mir die nochmal gleich. Dieser Zauber ist aber nicht bereit. Ach, komm. Mach dich doch ab. Ja, der Geist macht nicht so dramatischen Damage. Das war... Damals hat man halt so gesagt, rennt bloß weg, weil Geist. Aber das war also nur eine Bruselgeschichte für die ganzen Kinder. Ja, der kloppt auf mein Elementar ein, macht aber kaum Damage. Der denkt sich auch nur, leck mich doch. An meinem wässrigen Arsch. Oh Gott. Ja, das ist ein Wasserelementar. Der darf sowas sagen. Kurzer Cut. Ja, das ist ein bisschen. Okay. Ich hoffe, das ist ein bisschen.